UNTERTITELUNG Ich wollte es leben. Ich hatte einen Plan. Glauben Sie, wir sind so weit gekommen, weil wir uns von Inzo und Wichsern haben rumschubsen lassen? Wenn es das ist, was Sie von uns denken, machen Sie einen höchst gefährlichen Fehler. Wir sind Angestellte der Regierung, Bankiers, Polizisten, sogar ein Richter gehört zu uns. Wenn Ihr Idioten Euch mit uns anlegt, lassen wir ein gottverfluchtes Höllenfeuer auf Euch herabregnen. Auf Euch und alle, die Ihr liebt. Sie drohen mir also mit Männern, die mächtiger sind als Sie? Ganz genau. Warum rede ich dann mit Ihnen? Wir kommen alle in die Helle. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020